Einen wunderschönen guten Abend zu unserem Pelzer Stammbesche. Servus. Wir sind wieder mit der Urschel. Die Schalze ist am Rumfuchtel. Die renoviert gerade ihr 30 Quadratmeter Boot. Ja, guten Abend. Wir sind wieder vereint. Wir haben ein richtig, richtig gutes Thema, meiner Meinung nach, weil es ein Thema ist, was jeden betrifft, jeden Tag. Jede Woche die gleiche Frage, die gleiche quälende Frage. Ich sage mal als Frau, weil generell fragt man die Männer, was willst du denn essen? Und die Antwort ist immer, ich will es nicht. Ja. Oder? Ja. Ja, ich will es nicht. Mir egal. Ja, genau. Und zwar, es geht darum, was esse man heute? Ja. Ja. Also das als Thema. Weil wir wollen uns jetzt mal austauschen, weil es war nämlich wieder heute oben soweit. Das Thema ist ganz spontan entstanden. Also bei uns ist es so, mein Opa ist ja zum Teil bei uns. Und das ist ja natürlich noch schwerer, was koche man morgen. Weil natürlich muss man dann auch was kochen, was er gern isst oder was er mag. Ich meine, er isst jetzt nicht so mehr, also eigentlich ist er nicht schwierig und isst alles, aber man will jo, also man weiß jo trotzdem, zum Beispiel einen Hamburger brauchen wir jetzt meinem Opa nicht Vorsätze. Wobei wir jetzt alle unbedingt immer, also oft Hamburger machen, aber jetzt zum Beispiel halt. Und das war jetzt wieder so der Klassiker, was esse man morgen. Und wir tauschen uns einfach mal drüber aus und wir würden uns auch freuen über Kommentare, wie ihr das so handelt. Vielleicht sind jo ein paar Ideen dabei. Was mal, wie man seine Essenspläne gestaltet oder so ein Schwarz. Aber ich fuhre jetzt erstmal die Urschel. Ja. Erstmal generell, wie oft kochst du, wie handhabt ihr das? Kochst du eher frisch? Machst du eher was, machst du was warm? Wie organisiert ihr Eistur oder Ham? Also, eigentlich koche ich nur am Wochenende. Ich koche eigentlich nur Samstag oder Sonntag, je nachdem, wenn es jetzt draußen so heiß ist, da gibt es manchmal oben nur einen Salat, schnell so einen Tomatensalat, ganz klassisch mit Zwiebeln und Salz, Pfeffer, esse ich Öl und da hole ich frische Brötchen manchmal, wenn ich dann Samstag bei meiner Tante bin. Und dann erzähle die mir, was sie dann Sonntags kocht und manchmal inspiriert die mich dann und dann kaufe ich dann dementsprechend aber frisch eher, ja. Gut, bei uns gibt es auch mal Krokette, ja. Oder Tiefkühlpizza, ja. Aber mittlerweile mache ich, kaufe ich mir immer so Fertigteig und belege die dann selber mit Tomatensauce und so hin und her. Aber wenn ich immer meinem Mann vorgehe, was essen wir am Sonntag zum Beispiel? Ei, weh es nicht. Ja, aber Montag kochst du doch auch, oder? Oft bleibt noch was übrig. Ich bin schlau, oft bleibt noch was übrig. Und wenn ich jetzt zum Beispiel Spaghetti Bolognese mache, ohne Päckchen, dann koche ich meistens dann von 500 Gramm Nudeln, weil ich angefangen eine Päckchen nicht haben kann. Also ich vergesse das dann und dann hin und her. Also koche ich dann 500 Gramm Nudeln und mache dann meistens dann, bleibt jetzt sehr viel übrig. Und dann tue ich das meistens so einen Auflauf vor und habe eigentlich, wenn ich keinen Reibekäse daheim habe, dann nehme ich halt so ganz normalen Aufschnitt, so Käseaufschnitt und mache das dann in den Backofen. Also du machst dann zundtags frisch Spaghetti Bolognese und zum Montag ist ein Auflauf. Ja, genau. Ja, und wie oft in der Woche gehst du Eikafel? Eigentlich bis zu immer in der Woche, ja. Machst du noch Hechte da oder machst du das spontan? Montags gehe ich oft Eikafel oder dann nochmal oben, dann nochmal in der Woche. Aber nur so Verkleinigkeit, so frische Sachen halt, wie zum Beispiel Fleisch oder sowas. Aber eigentlich immer, Samstag gehe ich auf jeden Fall immer in den Klobus. Das habe ich schon festgestellt. Ja, nicht immer ab und zu. Ja, doch. Ja, eigentlich schon. Aber dann hole ich wirklich nur das, was wir so und das brauchen. Manchmal gehe ich dann noch rüber in der, bauen sie in den nächsten noch der Aldi und Lidl oder noch in den Kaufland. Also ist Samstag eigentlich dein festes Eikafel da? Ja, aber nur dann so Kländigkeiten für Sonntag oder vielleicht eventuell noch für Montag. Aber generell... Machst du überhaupt so einen Großeinkauf? Nee. Weil du holst immer so ein bisschen. Ja, ich weiß nicht. Ich kann das irgendwie nicht so groß. Ich kann das nicht so wochenlang. Oder meine Eltern haben zum Beispiel in der Corona-Zeit so drei Wochen Essensplan hergestellt. Ich kann das nicht, weil ich nicht weiß, ob ich in drei Wochen oder was ich Lust drauf habe. Ich bin nur so eher... Ich kann vielleicht sagen, ja, einen Tag vor, ja, ich habe Bock auf das oder so irgendwas. Aber so drei Wochen Vorplan, Essensplanung mache. Ja, aber kaufst du dann jeden Abend was? Oder gehst du dann jeden Abend Eikafel? Nee, wenn ich zum Beispiel Tomaten hole oder oder was weiß ich, Salatgurk oder so, das halte ich ja zwei, drei Tage, die Salatgurk. Und dir was echt auf der Erbe? Oft nehme ich mir, je nachdem, oft mache ich mir einen Salat oder Brot halt mit... Aber das machst du dann heim und nimmst mit? Ja, 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 ja. Also holst du auf der Erbe nichts so to go auf? Nee, ja, ja. Du kannst nicht, du dir nie irgendwie so wo was bestellen oder... Nee, bestellen du mir nichts mehr, ne, ja, ja. Oder ich gehe rüber zum Mädchen, zu unserem Gemüsehändler und hole mir so... Der macht immer so Quark mit so passierten Früchten wie zum Beispiel jetzt Himbeere, Edbeere, Spiegel, weißt du, so bisschen. Kostet zwar 3,50 Euro, wo ich mir denke, weißt du, du faul, die Nudeln hätte ich keine Hämmer selber machen, ne? Ja. Ja. Oder ich mache oft einmal einen Offsalat im Sommer. Aber so Brötchen holst du dir da nicht? Nee, ab und zu. Aber nicht immer. Ich kaufe Dienstagst immer Brot beim unserem Bäcker, beim Spangenbäcker. Und das halte ich dann meistens bis Freitag oder ich hole dann noch mal frügendes Brot. Ja, und... Ja, aber wenn du jetzt Obstsalat machst, machst du kein Brot oder machst du dann beides? Je nachdem, manchmal, ja. Nee, dann Obstsalat nur. Ja, und dein Getränke, nimmst du dir dann pro Dach mit oder duschst du dir dort so... Nee, ich hole mir immer einen Kasten, äh, Wasser. Und wo kannst du denn im Auto, oder? Wo kannst du denn im Auto, oder? Nee, nee, ich nehme immer zwei Flaschen Wasser mit pro Tag. Also von der Häm dann? Ja, ja, wenn es draußen so heiß ist, kann ich nicht im Auto losen. Aber manchmal hast du doch unseren Alu-Plossem-Tee, oder nicht? Ja, habe ich auch alles mit dabei, ja. Und unser Agi noch. Mache ich mir in so Literflaschen rein, ja. Ach, du schläppst dich hier tot her? Jo, es geht. Nein, aber unser Thema ist eigentlich Zeit. Lassst du auf die Erbe, oder? Ich bin der Frau Hollywood. Eigentlich habe ich nur zehn Minuten zum Fußweg, aber ich, äh, ja, in Summe, nee. Ich laufe sehr, eher selten. Ich fahre. Aber wo parkst du denn? Ähm, Altenheim. In der Liga-Oderhof. Kann man da oben sonst parken? Ja, wenn du reinfährst, kannst du nur zwei Stunden, wenn du drumrum fährst, kannst du da ganz dastehen. Ah, okay. Das wusste ich gar nicht gut, sowieso. Ja, und obens, wenn du heimkommst, dann, machst du nochmal Brot oder Salat? Ja, Brot, oder wenn ich zum Beispiel noch Paprika noch übrig habe, dann schneide ich die auf, oder schneide Salat-Gurk auf oder Tomat auf noch. Mach doch gerade so Fiestal. Oder ich mache Tomaten-Mozzarella-Blatt. Also essen die eigentlich die ganz Woche kalt, außer Samstags und dann Montag. Ja, genau. Und was machst du Samstags zum Essen? Also obens dann aber, ne? Manchmal mache ich dann Kaffee von so einem Flammkuchen-Fertig-Teig, von einem Flammkuchen-Teig und mache den halt, umschmeckt es halt, weil der geht schnell. Weil umschmeckt es halt am besten entweder mit, kann man den mit Creme Fraiche machen oder mit saure Sahne, dann so Speckwürfel, schon geschnitte, und Zwippel und Salz und Pfeffer. Und das dauert acht Minuten im Backhof und dann ist gut. Ja, und ich meine, wir sind ja immer im Monat im DX vor. Machst du dann immer eigentlich dir dasselbe Salat oder machst du dir immer einen anderen? Ne, ich kaufe dann schon die Zutat ein für beides. Manchmal ist dein Ad-Topic dann schon weg, aber ja, eigentlich. Aber machst du, also, brauchst du immer so die gleiche Routine oder? Ja, weil es halt schnell zu schnippeln geht, weil ich schon Hunger habe. Achso. Ja, und wenn du clean einmachst, wie machst du dann? Äh, ne, da koche ich mir, ja, was schnell geht, wie menschlich ist das, was ich, äh, was du dann so ausmachst, oder kann ich dir kaputt, zum Beispiel, also Salat, ja, aber Brot nicht. Ne, aber dann Schafskäse geht jo. Brauchst du dir dann, zum Beispiel jetzt am dritten Tag, dann? Ich hab ja auch schon, ich hab auch, ich mach zum Beispiel einen italienischen Salat, dann mit Sojasauce, Dressing, ne, Sojasauce, Alpo, Joghurt, Dressing mach ich dann, ne, mit Essigöl. Äh, ja, dann mach ich mir halt Brudel, anstatt Schinge mach ich dann Brudelbrust, oder so Brudel, abgebürt die Brudel. Ja, aber hast du dann echt schon acht halt, also du kocht ja auch im Klee 9 dann nicht Nudeln mit Tomatesooks, oder so. Doch, hab ich auch schon gemacht, hab ich auch schon gemacht, oder, ähm, eigentlich mach ich dann immer, krieg ich immer Lust auf Spaghetti-Furte, die mache, mach ich dann acht. Äh, aber Tomaten, alles ohne Päckchen. Also ohne Magi. Ja, ja, ja. Ähm, ja, oder ich hab auch schon, äh, so, dann krieg ich immer Lust auf Kartoffeln, dann mach ich immer so Kartoffelspaitel, so Rosmarinkartoffeln, und manchmal ätz ich dann mit Salat dazu. Was noch vom Mithilienischen Salat dann, weißt du, wenn ich so den ganzen Zutaten kauf, dann mach ich so noch mal dazu. Ja. Und im F50 genauso dann. Ja. Ja, oder ich hab schon Lachs gemacht, Lachs im Backofen. Ja. Und so, oder ich mach auch gern den, also eigentlich müsst ihr in Kroatien gern isst, den Salat oder den, ähm, Schopski. Ja, genau, weil der ist, ich guck halt immer nicht, wenn ich so Schnippel habe, weil die Meister wird es wirklich die Schnippelerwit. Aber du kennst da auch so Neisser Dicer oder sowas, Kaffee. Ja, das stimmt, Neisser Dicer, ja. Dann geht's schneller. So was hätte ich auch gern Neisser Dicer. Eja, das kannst du doch im Kaufland, gibt's doch auch. Ja. Ja. Das ist eigentlich immer das Meisterwit. Ja. Oder ich mach Nudelsalat, dann mach ich den halt von, von Vollkornudeln. Ja. Also bei uns ist auch total unterschiedlich. Also, das Ding ist, eigentlich, bevor mein Opa jetzt bei uns geht, also der esst jetzt seit einem Jahr bei uns, wo man kann sagen, er isst im Prinzip maximal fünf Monate die Woche bei uns, ne? Samo, also ja, in der Regel isst er eigentlich fünf Monate die Woche bei uns, ne? Aus, also ich mein, klar, also meistens kocht mein Vater noch ein oder zwei Dach, oder also ich sag mal, drei bis fünf Mo isst er bei uns. Außer, bis jetzt im DX4, dann klär ich's immer mit meiner Tante, dann kocht die Mo, oder meine Mutter kocht die Mo, aber in der Regel kann man's da durchschnittlich, kochen wir drei bis fünf Mo. Und das ist natürlich dann für uns, eine Umstellung, weil wir haben vorher halt obens eher gegessen. weil ich muss halt sagen, ich hab halt auf der Erbe ach, also nie was gegessen. Ich hab mir immer ein Shake mitgenommen und ein Fastbreak-Riegel, das war das Höchste der Gefühle. Oder wenn ich wirklich mal Hunger hatte, dann hab ich mir tatsächlich, keine Ahnung, was hab ich mal so gekauft, zum Beispiel, gibt's im Togorik, ich weiß gar nicht, ob's das noch gibt, gab's so Kokosnuss, ähm, Spalte, die hab ich zum Beispiel gegessen, oder vielleicht nur so Käsewürfel geholt, ne, gibt's ja auch, ne, oder, ähm, Hummus, kann man Zeit lang, wo du drin bist, hab ich mir mal geholt, oder einen Fertigsalat, halt so irgendwas, was relativ schnell ging, oder so Minigurke oder Snacktomate, sowas halt, ja. Das hat aber den Hintergrund einfach, weil, wenn ich schwer esse, wär ich meat. Ich weiß nicht, ob's dir genauso geht, ob das nur ich bin, aber der Insulinspiegel fällt gefühlt in den Keller und ich wär einfach meat und deswegen konnte ich halt, also mochte ich das einfach nicht, mittags zu essen, ne. Heutzutage ist es auch so, also wenn man jetzt, also jetzt essen wir halt mittags um zwölf, so wie der Opa das gewohnt ist und dann ist es bei mir aber auch so, dass ich dann eher schon meat war, aber ich sag muss so, ich stehe um fünf auf. Naja, hallo. Und, ähm, ja, dann muss ich mich halt so halbe Stunde quälen und dann geht's auch wieder, ne. Aber, ja, also du musst mal es halt schon umstellen, ne, dass man halt nicht mehr obens, also sonst haben wir halt obens gegessen oder er wird oder halt Nachmittag, sag ich mal, so zwischen vier und fünf und jetzt ist halt schon ne Umstellung. Generell frühstücke du, frühstückst du eigentlich? Ja, mein Shake. Ja, ich auch nur Shake, also ich, ich kann so nix, äh, oder Fastbake, hab ich auch schon halbe, halbe, mein Shake, wo, äh, fertig war und, äh, hab ich halbe, halbe, also kein ganzes Gessen, du hast auch die Hälfte, aber den halben muss ich mir wirklich schon, äh, neidzwängen, weil, ähm, manche Tablette soll man nicht auf nüchstende Marke nehmen, die Probe zum Beispiel, soll ich nicht auf nüchstende Marke nehmen, eigentlich, und, ähm, ja, also dann, also Shake auf jeden Fall. Ja, ich trinke einmal nur ein Shake als Frühstück, ja, und mit dem Opa ist es halt so Sachseichmo, weil, wie soll ich sagen, also, jetzt sage ichmo, ich glaube, bei jedem ist es so, ich weiß es nicht, dass man eigentlich immer so Repertoire aus ein paar Rezepte hat, die man irgendwie immer kocht, ne, also die sich dann so, ach, wiederholen. Jetzt sage ich muss so, ich weiß auch, was meine Oma immer gekocht hat, und ich habe mir auch alle Rezepte von meiner Oma mitgenommen, und zum Teil hatte ich die aber auch schon und versucht natürlich auch, die Dinge zu kochen, die sie gekocht hat, nur man muss dazu sagen, mein Opa, der hat angehend die Demenz, und bei ihm ist es eher so die Kurzzeitdemenz, wo er sich nämlich so erinnert, also, er weiß es manchmal gar nicht nie, dass er das schon gegessen hat, oder dass er es gern gegessen hat, und manchmal schmeckt es ihm jetzt auch gar nicht mehr, und Sachen, die er früher nicht gegessen hat, schmecken ihm jetzt, also ich weiß nicht, der Körper stellt sich ja alles so wie hier oben, ob es so dran liegt, ich kann das nicht sagen, naja, auf jeden Fall, aber zum Beispiel, auch ich für die Dommer, und für mich würde ich zum Beispiel auch mal Curry kochen, ne, aber mein Opa isst kein Curry, weil er esst kein Zimt, und es ist ja wie Zimt, also kann ich zum Beispiel, wenn er da ist, kein Curry kochen, ne, oder zum Beispiel kochen wir mal gerne Sarma, das sind ja die kroatischen Krautwickeln, mein Opa mag kein Sauerkraut, also kann ich es halt auch nicht kochen, wenn er zum Beispiel da ist, ne, das sind so Sachen, grundsätzlich muss ich sagen, haben wir so Repertoire aus dem Dommer seiner Mutter, also seinem kroatisches Essen, asiatisches Essen von meiner Mutter, so was wir halt immer kochen, dann habe ich viel auch italienisch, klar, ne, ich meine, haben wir lang genug bei der Joe geschafft, ja, aber generell esse ich auch gern, ich esse auch generell gern italienisch, also Samosu, Krasagne, Spaghetti Aleolio, Spaghetti Bolognese, Spaghetti Napoli, so, ne, Pizza, wie du sagst, Arme und zwar nicht so oft, aber ja, also so, habe ich Sachen, die ich koche und dann habe ich natürlich super viele Sachen, die einfach kalorisch in Ordnung sind, also man muss dazu sagen, ich tauche sowieso die Sache aus, ne, also ich meine, wir haben ja unser, sag ich mal, Körperreinigungsprogramm, vier Tage, neun Tage und das Folgeprogramm und wir sind ja wirklich M- und Monat-Milchen, sind deine vier Tage und dann sind wir auch öfter in deine andere Programme, sag ich mal, so ein Stück weit drin, aber nicht nur deswegen, ich muss wirklich sagen, ich vertrage einfach viele Sachen nicht, wo ich einfach merke, zum Beispiel Sahne, ich habe Laktoseintoleranz, wenn ich jetzt mit Sahne koche, ist für mich ganz schlimm, mein Körper hat so ein Schaff, ich bin dann so meat und so gebläht, ne, also zum Beispiel jetzt, wir hatten am Sundach Hühnerfriger, das sehe zum Beispiel, weil das esst mein Opa gern, das hat gut, also das hat nicht so viel Kalorien und das ist halt vom Eiweiß auch gut, weil ich achte halt darauf, mehr Eiweiß zu esse und das haben wir zum Beispiel da mit Sojacuisine light gekocht, anstatt mit Sahne, ne, und dann vertragen wir das halt einfach besser, weil Dommer verträgt auch nicht gut Laktose, also der kriegt halt dann Durchfall, ich kriege halt Bauchschmerzen oder wir kochen, versuchen generell, also wir benutzen Dinkel- oder Vollkornnudel anstatt Weizennudel, wir benutzen eher Langkornreis, die ja, zum Beispiel, ja, was ich amok gern mache, gerade auch im F15 oben, ist zum Beispiel nur so ein Wrap, ne, weil wir haben ja auch den Opti-Grill, aber mit uns das immer Grille, manchmal tue ich es auch nur Rolle und dann hole ich mir zum Beispiel beim Aldi gerne so ein Dinkel oder so ein Protein-Wrap und dann kannst du das ja gut mit so, kannst du ja so Exquisa 1,1% Fett-Fischkäse hole oder ach, was weiß ich, nämlich halt die vegane Variante von Albro, gibt es ja auch so Sachen, schmiere ich das drauf, dann so Pudebrust, vielleicht noch eine Tomatrolle und esse, ne, das ist ja auch gut, Ja, ähm, ja, also deswegen, das versuchen wir, also das machen wir generell, Sachen austauschen durch Sachen, die wir halt besser vertragen oder die von den Kalorien einfach besser sind, aber tatsächlich ist bei uns so, dass ich versuche, also früher hatte ich wirklich für E-Woche meinen Kochplan und dann bin ich immer die Woche Großeikafel gegangen und dann wirklich schon noch täglich die frische Sache. Mittlerweile ist es so, also ich versuche, einen Kochplan zu erstelle, also ich erstelle tatsächlich einer und dann gucke ich halt, wie man Eikafel, also das Ding ist, meistens geht er doch mal wirklich Eikafel und er hasst es halt, so viel auf Emo zu Kafe, weil man, du guckst dir dann auch noch, was ist in der Werbung, also generell gucke ich immer, was ist im Aldi in der Werbung, Kaufland, also ich sage mal, Aldi Kaufland ist so das, was ich gucke, weil da gehen wir am meisten hier, ich muss auch ehrlich sagen, dass der Aldi jetzt hier ist, spielt uns in die Karte, weil es ist einfach näher, ne, und dann kaufen wir halt das, was in der Werbung ist, halt auch nur mehr Ei, wie jetzt zum Beispiel Salakis Light ist, bei uns in Artikel, dann habe ich immer zehn Packungen daheim, weil der kostet einfach mittlerweile, wenn er regulär kostet, dann mittlerweile über drei Euro und wenn er in der Werbung ist, kriegst du, wenn du gut Glück kostet, für 1,75, dann ist richtig gut der Preis, ansonsten kriegst du aber für zwei Euro noch was und wir kaufen dann schon gleich zehn Packungen, weil im Sommer mache ich voll gern Tomatisch-Hafskäse-Salat, aber du weißt, bei mir Spaghetti-Aioli geht immer und für das habe ich halt immer die Zutaten. Da muss ich auch was, gell, die haben schon wieder mit der Grauenzahl geschummelt. Ja? Da muss ich auch was, ich weiß auch, ob es beim Salakis war oder beim Patros. Oder beim Patros, ah, okay. So, ne? Also das ist zum Beispiel so ein Artikel, bei uns im Kühlschrank, wenn du aufmachst, findest du eigentlich immer Aloe-Gel, ist klar, du findest immer das Shake, du findest immer Kollagen, du findest immer Salakis Light-Packungen, du findest immer Soja-Cuisine-Packungen, wahrscheinlich findest du immer vegane Milch, egal ob jetzt Kokos- oder Mandelmilch von Albro, so ein Artikel findest du immer, du findest immer Jetrena bei uns, also die bringen wir von Kroatien schon mit, die Pastete und die ist irgendwie immer bei uns, Tomate eigentlich, klar, sowas wie Zwiebel und Knoblauch ist ja logisch, Standard, ja. Also das ist eigentlich immer so bei uns, Standard im Kühlschrank, genau. Aber, ich sag mal so, ich muss dazu sagen, seit ich den Thermomix hab, ich hab den ja noch nicht so lang, ich hab den, glaub ich, seit zwei Jahren jetzt. Ja. Was ich halt voll praktisch finde, ist die Cookie-Do-App, weil die ist halt echt genial, du kannst halt einfach gucken, was willst du essen, also du kannst eine Woche, du kannst ja vier Wochen, kannst du durchplanen, was hast du wann, schiebst du dir auf die Woche und dann schiebst du dir das in den Einkaufszettel, was du für Zutaten brauchst. Das ist halt saugeil und du sparst halt echt Geld, weil du gehst ja mit dem Handy durch den Laden und hakst einfach ab, was du halt kaufst und du kaufst ja nicht viel anderes und du kannst aber auch ohne nochmal ergänzen Sonstige, wenn es einfach was in der Werbung ist, was du sonst noch haben willst oder so, ne. Also richtig gut, ich muss sagen dadurch, es hilft schon auch. Aber manchmal willst du halt ein paar Rezepte kochen und die findest du halt so nett im Thermomix, wie du sie halt kennst, ne. Und was halt auch nochmal Mango ist, ist halt das, wir betreuen jo oft Leute im K9, im F50 oder im DX4 oder ich fülle mir auch viele Rezepte mit und beim Thermomix ist es so, du darfst es nicht. Also Thermomix will nicht, dass du die Rezepte veröffentlicht, das ist verboten quasi, ne. Also das kannst du halt nie machen und deswegen ist es halt so sach, wo, sag ich mal, halt dann schwierig ist, ne. Grundsätzlich, aber wie gesagt, ich versuche immer, also ich versuche trotzdem immer eine Woche zu planen und nach so ein bisschen schon ein Ei zu kaufen. Das ähnliche Problem ist dann halt, wenn jetzt spontan zum Beispiel mein Vater sagt, er kocht am Samstag und ich habe dann für das Samstag schon Ei gekauft, dann ist es halt ein bisschen blöd. Oder wie du sagst, manchmal hat man dann Lust, wie jetzt am Samstag, habe ich dann gedacht, Arme kennen nur Grille, weil bei uns ist es so, also bei meiner Oma war das wirklich so, mittwochs gab es was Süßes zum Essen, also Spatzen mit Obst oder so irgendwas oder Milchreis mit Erdbeere in der Erdbeerzeit, also das gibt es bei mir nicht, weil für mich ist es was Süßes kein Mittagessen. Ja, für mich auch. Ich kann es als Nachtisch essen, aber nicht als Mittagessen. Freitags gab es immer Fisch oder Fleischfrei, zumindest ein Small. Samstag gab es immer Suppe mit Wäschchen. Und Sonntags gab es eigentlich immer so ein bisschen was Besonderes, also zum Beispiel Rumsteg oder Schweinelände oder Hühnerfrikassee oder sowas, Gulasch, irgendwie Kalbs oder so Kalbsgeschnetzeltes oder sowas in der Richtung. Und ich versuche halt, also Mittwoch, wie gesagt, fällt bei mir raus, ich esse nichts Süßes, das mache ich nicht. Freitagsfisch will mein Opa nehmen, der besteht auf Fisch bis zur Orbe, deshalb will ich keinen Fisch mehr. Aber manchmal macht man trotzdem noch Fisch oder so Meeresfrüchte, Spaghetti oder sowas. Und Samstagssupp gibt es immer das Gesetz. Und ich mache dann auch wirklich, also ich habe am Samstag Linse-Supp gemacht und ich lege dann auch die Linse wirklich ein. Acht Stunden oben. Also ich mache das wirklich alles frisch, weil ich versuche generell Fertiggerichte zu vermeiden, weil ich einfach die Konservierungsstoffe nicht vertrage. Also nicht, also ich kenne es nicht gesund, aber der Hauptpunkt ist, ach, ich vertrage das einfach nicht. Also Samo so, Linse blähen sowieso, aber wenn ich jetzt noch die Linse-Supp aus der Dose nehme, dann ist für mich eine Katastrophe. Das geht gar nicht. Und deswegen, ach, okay, Maggi-Päckscher und gar nichts. Ich vertrage das einfach nicht und es ist sowieso nicht gesund. Ich meine, klar haben wir auch eine Fertig-Pizza in der Trulike, weil ich dann sage, jo, wenn dann halt nur gelüchte Dose sind, ist es besser. Du machst dann nur Pizza warm, wie wir fahrst in den McDonald's, das ist ja noch schlimmer dann. Aber preislich auch. Wahnsinn. Vor allem preislich, ja. Nehmen wir alle Tassen im Schrank. Das gibt es bei uns schon auch und vor allem, was halt auch ist, manchmal schmeckt es beim Opa halt nicht. Und dann habe ich zum Beispiel auch immer einfach schnelle Pizza in den Ohren. Okay, gut, dann komm, brauchst du dich nicht quälen. Mama muss schnell und fräht er sich. Wenn der so Raffioli-Dose, der fräht sich einfach so. Der hat uns wochenlang in den Ohren gehangen. Der hat sich selber Raffioli gekauft und in den Keller gestellt. Und bestimmt hat er acht Wochen zu jedem von uns gesagt, ey, könnte man nicht immer die Raffioli machen. Die gehen doch kaputt, obwohl Konserve halten aber der wollte unbedingt nur die Raffioli essen. Und der hat das so lange gemacht, bis die Ilse dann gesagt hat, obwohl die esst die gar nicht gern. Die hat dann sich was anderes gemacht, bis die dann gesagt hat, jo, Anna, dann machen wir die halt mal. Und dann hat mein Vater in dasselbe Woche gedacht, er macht Raffioli und hat keiner das Paar Raffioli gemacht. Das war natürlich dann zu viel. Aber scheiße. Prinzipiell ist es eine gute Idee, sich das so hinzustellen. Aber ich sage es so, das ist ein schnelles Snack zwischendurch. haben wir halt immer Yum-Yam-Supp gehemmt. Aber die ist natürlich ach, Katastrophen. Ja, also von den Nährstoffen und von allem. Das ist eigentlich Fastfood gleich. Ich meine, es hat zwar nur 350 Kalorien, wenn ein McDonald's-Menü ist, also wahrscheinlich 1000, 1500. Also von dem Aspekt ist es vielleicht besser. Aber gesundheitlich gesehen ist es halt auch Schrott, was man isst. Aber das ist halt für uns so schnell die Sache. Weil es ist so, also wie gesagt, morgens Shake, mittags, essen wir dann warm und ich koche dann logischerweise nicht obends noch warm. Also dann ist es halt was Schnelles. Also wie gesagt, wenn du das sagst, ich mache schnell noch mal Salat. Oder was ich auch voll gerne esse, ist so körniger Frischkäse. Das esse ich halt immer gern oder ich hole mir dann wirklich so, wie gesagt, so ein Wrap habe ich mir schon gemacht. Oder manchmal vielleicht einfach so Vollkornbrot oder wie so Pumpernickel-mäßig sowas. Gibt es ja auch diese Vollkornbrote mit so Pude. Diese Pude gibt es ja von Hertha oder was es ist, diese Gutfried. Gutfried, ja. Ja, so Pude-Ding, sowas schnell. Oder wie gesagt, im schlimmsten Fall ist es halt immer wenn es gar nicht anders da geht, also halt irgendwie sowas in die Richtung. Oder manchmal mache ich es auch wie du, dass ich jetzt da nur, mir reicht es auch, dass ich einen Quark esse oder Obst esse oder sowas. Also ich muss jetzt nicht, es kommt darauf auf, was ich einfach Lust habe. Genau. Wie gut ich mittags vielleicht auch gegessen habe. Oder an welchem Tag vom Zyklus mal vielleicht auch ich. Ja. Das ist ja bei uns einmal so Sache. Aber dementsprechend versuche ich es so zu planen. Aber wie gesagt, ich versuche immer einen guten Mix zu machen. Ich habe auch ein paar Kochbücher, wo ich halt auch immer versuche, neue Sachen zu machen. Also ich muss sagen, ich probiere sehr viel aus. Mein Opa ist jemand, der will, also der Dommer ist so, der kann sowieso nicht zwei Tage Ess essen. Mein Opa auch nicht. Also sie sind mein Mann schon, oder sie sind schon? Ne, also die sind ja super für ein Band. Egal ob der Dommer oder mein Opa, die essen nichts zwei Tage. Da sagt immer, wir haben so viel Essen noch, was wir schon jetzt schon wieder Eis-Ei kaffen. Wir essen es noch von gestern, oder? Ja, das machen die halt gar nicht. Doch. Also ich sage mal so, beim Dommer passiert, wenn es ihm jetzt richtig gut geschmeckt hat, dann esst er das oben nochmal und zwar kalt. Der macht es doch nicht immer warm. Also richtig eklig. Egal was, ja. Aber das am nächsten Tag das nochmal essen. Also die wollen immer was Neues essen. Und mein Opa ist sogar so, der will. Also wenn du jetzt halt, wenn ich jetzt halt Chili con carne koche, dann kann ich nicht nächste Woche wieder Chili kochen, dann drehe der durch. Also es muss immer was anderes sein. Also es heißt, ich versuche wirklich immer in der Cookie-Doo-App neue Sachen zu finden. Und dann hoffst du halt natürlich, wenn du immer was Neues kochst, hoffst du natürlich das Phänomen, dass immer einer dabei ist, dem es nicht schmeckt. Also auch mir manchmal. Also es sind dann Rezepte, du sagst, jo, was haben wir jetzt mal gemacht? Das war's. So halt, ja. Aber es gibt auch wenige Rezepte, wo man sagt, okay, die sind echt gut. Und das wiederhole ich dann halt wieder. Aber wie gesagt, ich habe auch wirklich noch viele, also von meiner Oma halt viele Koch- und Backbücher, aber ich habe auch so von der Kiki oder, keine Ahnung, manchmal zum Beispiel mit dem Nudelsalat am Samstag hatte ich die Idee, ich will Nudelsalat machen und habe mir so überlegt, okay, was mache ich rein? Und dann habe ich nochmal gegoogelt halt und habe irgendwo geguckt, wie machen die das Dressing und habe dann so Mischungen gemacht, wie es mir halt gepasst hat. Ja, echt lecker. Ja, also mir ist auch geschmeckt. So mache ich es dann halt. Aber das Schlimme ist halt wirklich zum Beispiel, dass mein Oma für die Sache, die sie standardmäßig gekocht hat, hat die Gacki-Rezepte. Und meine Mutter hat es auch nicht, das weiß ich, außer wenn ich es mir aufgeschrieben habe und damals meine Mutter hat es auch nicht. Also die hatten die alle im Kopf, diese Standard-Rezepte. Entweder hast du mitgeschrieben oder du hast Pech oder bei meiner Oma versuche ich jetzt halt viel, frohe ich dann halt meine Tante oder so oder überlege, wie hat sie es gemacht. Ja, das ist auch meine Tante, mein Joker eigentlich noch. Ja, schlimm, gell? Deine Oma hat auch nicht so Rezepte gehabt, oder? Naja, aber ich muss sagen, ich habe ausgiebiger gekocht in Corona-Zeit. Ich war ja zweimal ein Vierteljahr zu Hause und habe ich ausgiebiger gekocht und ich war, ich habe zum ersten Mal so selbstgemachte Gemüsesuppe, also Suppe, Fleischbriefsuppe gemacht zum ersten Mal alleine und habe auch wirklich Markklösen, ich wollte die ersten Markklösen, wie meine Oma immer gemacht hat. ja, und dann, ja, sah es in der Küche aus wie Bomben, aber es war jetzt schlimm und habe auch das Gemüse so zerstampelt in so ein Sieb, meine Oma das früher gemacht hat und habe auch wirklich die Markklöse, da habe ich meine Tante gefragt, wie es das Rezept ist und habe ich das so gemacht und ich habe dann so, meine Oma hat immer so ein Probekloß gemacht, ehrlich mal, ob der zusammenbleibt oder ob noch was fehlt, wegmeldet oder irgendwas und dann habe ich ein Probekloß gemacht und dann, ja, hat der so geschmeckt, die als, als wäre meine Oma in der Betrag gestanden und hätte das gemacht, ja. Ja, die Markklöse. Aber wie gesagt, also Gott sei Dank ist meine Tante noch da und das Grüne kennen mich mit Markklöse, die mache ich. Ja, also so Sachen mache ich auch oder zum Beispiel jetzt, wenn jetzt, zum Beispiel, was ich so passt habe, ist Cashplotzer, habe ich jetzt keiner gemacht, letztes Jahr nicht, das Jahr nicht, keine Ahnung, irgendwie, wir haben einen Cashbaum, aber irgendwie wird er immer so kurz gestützt, dass keine Cash immer da sind, also ich habe auch keine Cash gegessen, muss ich sagen, das Jahr. Ich glaube, letztes Jahr auch nicht, ich weiß gar nicht, doch, letztes Jahr waren wir in Kroatien und die hatten einen Cashbaum und du durftest mal essen, ja. Also, das habe ich jetzt verpasst, aber zum Beispiel, wenn jetzt halt die Quetschezeit ist und dann, naja, boah, dann will ich auf jeden Fall einen Quetschkuchen machen, das hatte ich letztes Jahr auch gemacht. Aber ich muss dazu sagen, wir backen, also ich backe jo gern, aber ich muss so sagen, ich backe gern, wenn ich Lust drauf habe, wenn ich es muss, mag ich es auch nicht. Aber das Ding ist, bei uns wird halt Kuchen einfach nämlich so gegessen und deswegen backe mir halt auch nämlich, weil zum Fortschmeißen brauchen wir eine Backe, da ist es zu neuer halt. Also, das gibt es nur, wenn man so besonders, also so von der Saison irgendwas ist oder wir haben jetzt wirklich mal Lust drauf. Ja, aber ich glaube, das Problem haben voll viele mit dem, was nicht wissen, was sie kochen, weil ich kenne viele, die jetzt sagen, sie holen sich diese Hello Fresh Box. Nicht furchtbar. Weil sie keine Idee mehr haben, was sie kochen. Was sagst du dazu? Also, die Jo hat, glaube ich, auch mal Hello Fresh Box gehabt und die hat die Hello Fresh Box oft gemacht und dann war der Basilikum aus Kenia. Ach du lieber Gott. Nein, da habe ich gesagt, ne, weil eigentlich schwärmen die ja mit regionaler Sache, also dann brauche ich ein Basilikum aus Kenia auch nicht oder aus Äthiopien, was weiß ich, wo der Basilikum. Aber für mein Mann, sein bester Freund, die kochen nur noch Hello Fresh. Ehrlich? Sind die zufrieden? Ja, weil sie sagen, sie sparen, sie kaufen nur das Ei, was auf dem Zettel steht und sie schmeißen auch nichts mehr weg an Essung. Okay. Aber ich weiß nicht. Ja, also ich muss sagen, ich will die Sache sehen, ich will die Sache fühlen, ich will die Sache angucken. Ich habe es noch nicht probiert, aber ich, ne. Also ich muss sagen, also erstens mal finde ich es recht teuer, muss ich sagen. Zweitens mal, ja, die Leute sagen dann immer, ja, die Rezeptkarte kann man ja aufheben und kann das ja wieder kochen, aber, also ich habe bei vielen Leuten schon gehört, zum Beispiel, wenn das eine mehrköpfige Familie ist, ist es zu teuer, für vier oder fünf Personen das Essen zu nehmen. Dann nehmen die das Essen zum Beispiel für eine Person oder zwei Personen und dann kaufen sie noch die Lebensmittel dazu, ne. Ja. Ja. Ich sehe irgendwo mich danach schwachsinnig, dann brauche ich das auch nicht. Ja. Dann muss ich dazu sagen, ist es so, was ich vorhin schon gesagt habe, ich vertrage Weizemehl nicht gut, ich vertrage Laktose nicht gut, dann achte man ja doofte Kalorien, die man essen, dann will ich mehr Eiweiß essen und das sind alles so Aspekte, ich glaube nicht, dass ich das alles vereine, also ich glaube nicht, dass ich das allgebe kann, alles, was ich gerne hätte. Dann muss ich dazu sagen, der Dommer ist kein Freund von riesengroßen Experimente, also wenn du jetzt Gericht wärst, mit Lachs und Ananas, süß sauer oder so, das esst er nicht, ich esse das auch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, und ich habe mir halt schon die Rezepte A geguckt, also mir ist es zum Teil zu fancy einfach, ich esse sowas nicht, ich esse kein Süß-Sauer, ich will kein Obst, in meinem Essen drin haben, ich mag das einfach alles nicht. dann, ich weiß nicht, denke ich halt einfach, ja, keine Ahnung, ich meine, du weißt halt nicht, also wie soll ich denn das auch hennen, gut, ich müsste dann so sagen, keine Ahnung, Montag für zwei Personen, Dienstags für drei, Mittwochs für drei, Donnerstags für zwei, weißt du was, ich meine, das muss ich dann auch so irgendwie machen, dann weiß ich nicht, wie es von der Menge her ist, weil mein Opa sagt zwar immer, er esst nicht viel, aber er esst richtig gut, und wenn es aber zu wenig Essen ist, dann, also der sagt immer generell, ich koche zu viel, ich meine, ich koche auch viel, du weißt, Tessi, aber ich habe schon gemerkt, wenn wir es so gekocht haben, dass es reicht, dann traut, dass ich auch nicht das Letzte zu nehme, verstehe ich, dann ist so der Anstandsrest, der bleibt, und dann habe ich das Gefühl, die Leitungen sind nicht satt und ich muss sehr ehrlich sagen, manchmal, also ich bin ja dann derjenige, der dann halt guckt, okay, und dann denke ich, ich esse jetzt halt weniger, weil die anderen, wenn es so schnell satt, ja, und das mag ich aber auch nicht, weil wenn ich M.O.S., dann will ich ein bisschen essen, also deswegen, für mich wäre das HelloFresh-Care-Option, muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß, dass viele zufrieden sind, aber nee, also für mich wäre das wirklich nichts, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie lange, wann das abgepackt ist, ich weiß nicht, wie lange das irgendwo steht, ich weiß nicht, ob das vielleicht in der Sonnenstelle hat, der Typ, wo das ausfährt, wissen wird, was wird das geliefert, mit DPD wahrscheinlich, oder? Nee, das wird schon gekühlt geliefert, denke ich. Ja, klar, die haben so Bestimmungen, aber trotzdem, bist du nicht? Ja, ich sage mal so, was ich zum Beispiel, manchmal mache ich es bei Bofrosch, bestelle, muss ich ehrlich sagen, aber ach du, muss ich sagen, ja, also ich finde, die Qualität der Sache ist wirklich gut, also die Sache schmecken, also es schmeckt nicht chemisch, ich habe da jetzt auch keinen Bauchweh, also man muss schon sagen, so wie ich das jetzt sagen kann, sind es schon, also hochwertige Sache, was die du benutzt, das ist jetzt kein fattig Scheiß, was die du reinpressen, sage ich mal, ne? Aber, zum Teil ist es, finde ich, schon sehr teuer, ne? also, zum Teil ist es einfach teuer, und, ja, ich weiß nicht, ich, also ich sage mal so, denn ihre Pflechsachen sind schon gut, ob wir jetzt, sage ich, Mutti Chiwabtchi hatten, oder ob das jetzt die Bifteki gefüllt mit Hackfleisch waren, oder ich hatte mal so Mini-Pflechkäse so genommen, weil ich halt immer, sage mal so, ich habe immer gern was daheim, wenn jetzt wie morgen so ein Tag ist, wo ich nicht weiß, was ich koche soll, jetzt ist morgen, haben wir jetzt dann wieder Rennerei, weil da muss jetzt einer morgen früh schnell Eikarfe gehen, und wir haben so viel Arbeit, dass wir eigentlich für das keine Zeit haben, und dann habe ich halt manchmal gern was in der Truhe, dass ich es machen kann, In Kette, irgendwie, aber, ja, also ich sage mal so, bei denen es schmeckt auf jeden Fall, ich finde es auch ganz gut, aber wie gesagt, das ist halt teuer, du bist dann ruckzuck, wenn du ein paar Sachen nimmst, bei 100 Euro, also egal, welches Eis du kaufst, also das Eis ist auch wirklich gut, aber die meiste Packungen kosten 10 Euro, vom Eis, also ich meine klar, da sind dann halt auch, keine Ahnung, wie viele Hanja drin, und wie viele No gemachte Magnum und so, aber, also es schmeckt auch gut, um Gottes Willen, aber wie gesagt, also man, es ist halt schon teuer, aber es ist okay, aber wie gesagt, ich koche halt eigentlich nicht so viel Tiefkühl, ich mache eigentlich eher die Sache frisch, deswegen, aber manche Sachen sind schon so, wo du sagst, die sind echt gut, also ich habe zum Beispiel so Eis, das ist irgendwie in der Mitte so ein Milchkern, und außenrum ist dann so Waldmeister, oder Himbeer, oder so Maracuja, so Art Splitt, also es schmeckt halt zum Beispiel richtig gut, weil ich mag halt, Waldmeister, zum Beispiel voll gern, oder was ich total gern mag, und zwar, das ist eigentlich total, das, also einfache Eis, das ist einfach Vanilleeis, und Eis ausrum mit Schokolade überzogen, und es gibt es ja auch zum Beispiel beim Kaufland, so das Eigenmarke, und das ist ganz simpel, und ich esse es aber voll, ich finde es schmeckt voll gut, und bei denen ist halt so, die haben dann eine Box, so ist dann das drin, das normale, dann ist es drin, mit Nuss, Schokolade ausrum, dann ist es nochmal drin, mit so einem Kirschkern, und das schmeckt halt voll lecker, weil ich weiß, dass ich das früher bei meiner Tante als gegessen habe, weil die hatten manchmal nicht von Bofroschern, vom Eismann, aber die hatten auch so in der Art sowas, zum Beispiel, und dann gibt es noch eins drin, das mit Oreo, also du hast dann eh eine Vanille mit Keks, und außerrum das Schoko zum Beispiel, zum Beispiel, aber du hast dann halt eine Packung, du sind dann halt, was weiß ich, mehr wie zehn wahrscheinlich drin, aber du zahlst halt wieder zehn Euro, und du weißt, bei uns ist es so, wenn etwas gleichessen wird, dann wird es schwierig, oder zum Beispiel, da hatte ich doch mal die Eistotte, ich glaube, die haben wir schon probiert, gell? Ja, und das Knusperhäuse, was war denn das? Ja, das war die Eistotte, glaube ich, wo ich gemeint habe, das Knusperhäuse, genau, das war zu Weihnachten. Ja, das war lecker, ja, da waren die Schnee, Schnee, ne, Iglus, die waren auch lecker, ja. Ja, also die Sachen sind schon gut, aber es ist für uns eigentlich oft zu viel, weißt du, weil wir essen halt so viel da nicht, und dann haust du das ewig in die Truhe, das mag ich auch nicht, weißt du, das schmeckt man es auch nicht, wenn du so die Eiszappe draus, also auch so rumziehst. Ja, die Eiskristalle, ja. Ja, mag ich auch nicht so, also deswegen, also ich sage mal so, in der Regel versuche ich wirklich einen Wochenplan zu schreiben, aber also frisch gibt es bei uns immer, also ich mache gar nichts Fertisches zum Mittagessen, das gibt es nicht. Also ja, es gibt es bestimmt, dass jetzt der Dommer oben nochmal Hunger kriegt, und seiner schiebt sich eine Pizza oder ein Baguette oder so, ne, aber immer am Dach gibt es bei uns frisch gekochtes Essen, aus frischer Zutaten immer, auch wenn ich es um 21 Uhr schaffe, bin ich heim und habe mir was Frisches gekocht, ne, also weil ich das halt einfach, ich empfinde es als wichtig, dass ich mir die Zeit nehme, für mich was Vernünftiges zu kochen. Ja, das ist, ich bin so, ja, faul eigentlich, ja, dann bin ich manchmal so kaputt, und dann habe ich keinen Bock, stundenlang noch, ja, stundenlang, ich meine, Nudeln mit Tomaten, sowas geht ja wirklich echt schnell, ja, aber dann habe ich halt Hunger, und dann, ja, esse ich halt dann, geht halt schnell, muss ich das Stückchen Brot mit Cheese. Also ich muss sagen, was auch hilft ist, ich gehe dann voll oft in unsere Facebook-Gruppe, da liegen ja über 88 Rezepte, für Kli 9 und F15, und blätter dann wirklich die, also wenn ich jetzt weiß, wir machen morgen, also die X4 ist sowieso super easy, wenn ich weiß, wir machen die X4, weiß ich genau, den ersten Tag esse ich den Rohkost-Poco-Diesalat, aus dem Thermomix, und den zweiten Tag den Fitness-Salat, mit dem aber macht ich immer selber einer, ne, und wenn wir Kli 9 oder F15 machen, dann mache ich es meistens, also im Kli 9 auf jeden Fall, plane ich komplett dann die neun Tage durch, oder nehme ich wirklich aus unserem Kochbuch, dann mache ich den China-Kohl, dann mache ich Chili con Carne, oder dann mache ich keine Ahnung, was wir da alles drin haben, mache ich das, und im F15 versuche ich dann auch so ungefähr, das zu variieren, also das ist auch super easy, weil da bin ich dann auch immer klein, wo guckst du und was machst du, ne, oder Brockelbohne, welches sowas in die Richtung, ja, mache ich dann. Ansonsten, ich meine, klar, es gibt auch Leute, also ich meine, das mache ich auch manchmal, wenn ich dann immer ein Kaffee gehe, dass ich wirklich gucke, was gibt es im Angebot, oder was lacht mich jetzt in der obchen Gemüseabteilung an, ne, wenn ich dann sehe, okay, ah, die Bohnen sehen gut aus, dann denke ich mir auch, okay, ne, denke ich so im Kopf, okay, was könntest du mit Bohnen machen, und dann kann das passieren, dass ich dann auch nochmal umdisponiere, ja, welche was ich koche, ja, oder dass ich zum Beispiel nur halb die Woche plane, und weiß dann, okay, am Freitag könnten wir Brockelbohne machen, oder so, ne, ja, das passiert auch, aber zum Beispiel passiert das natürlich nicht, wenn du doch mal Eikaffe gehst, weil der kauft halt Stubide in einem Eikaffszettel dann ein, und dann sehe ich es halt nicht, aber ich muss halt ehrlich sagen, ich, ich habe auch keinen Bock, als Eikaff zu gehen, manchmal gehe ich, also ich gehe schon manchmal, ne, und dann bin ich auch so, dass ich wirklich durch alle Gänge laufe, und dann auch mal Sachen kauf, wo ich weiß, okay, die fehlende haben, ne, weil mir fällt es dann ein, wenn ich so durchlaufe, aber, ja, ich sage mal so, ich mag es jetzt auch nicht so gern, und dann muss ich zusagen, damals sind wir mega gepisst, wenn die Eikaffsware so voll ist, irgendwo kann ich es auch verstehen, weil letztens war es acht Eikaffsware, und dann hat er so ein mega voller Eikaffsware, weil halt wirklich ich dann viele Sachen halt, Toilette, Papier geholt, weiche dann halt, Schafskäse, dies, das, weiche, und dann hat es mich aber auch genervt, dass ich so eine volle Eikaffsware habe, muss ich schon sagen, ja. Und dann muss man halt dazu sagen, heizu da, bei den Preisen macht es ja auch keinen Spaß mehr. Ne. Ne, also, ich sage mal so, früher, hast du gesagt, okay, geh ich mal Eikaff, geh ich mal gucken und so, und dann hast du dich gefräet, heizu da, stehe ich an der Kasse und denke, hoffentlich lang die 50 Euro, oder sind wir halt mal 100, 100 oder so irgendwie. Ja, also, ich schaffe das fast gar nicht. Also, unter 50 Euro schaffe ich nicht. Unter 100, ja, aber unter 50, ne. Das war einmal. Wir haben die gefüllte Paprika gemacht, letzte Woche, und der Dommer, gell, die waren richtig gut. Und der Dommer hat gemeint, der fährt das Hackfleisch, gemischtes Hackfleisch, hat er, glaube ich, 11 Euro bezahlt. Was? Der hat, der hat einen Kilo Hack, boah, ja. Gemischt. Gemischt. Musst du überlegen. Ja, also, das ist natürlich auch ein Punkt, der dazukommt. Ja, aber wie gesagt, wenn ich jetzt einen Tipp rausgeben sollte, kann ich nur empfehlen, wäre der Thermomix von die Cookie Duo, weil das sind echt coole Sachen drin, auch internationale Sachen, wenn du alle Länder freischaltest, dann hast du auch amerikanische Rezepte, österreichische, italienische und so, das ist schon cool, vor allem, weil man halt auch so Sachen wie Aiwa zum Beispiel selber machen kann. Ja, ja, aha. Oder man kann, ich mache die Gemüsebüse selber, das ist natürlich mega, ne? Du kannst Pesto selber machen, also alles Mögliche selber machen und das ist natürlich nur ein anderer Geschmack, wenn du es selber machst. Aber grundsätzlich kann ich empfehlen, dass man sich einen Wochenplan schreibt und am besten halt wirklich so Repertoire von den Rezepten in den Ort nehmen, ob man das virtuell macht, wie wir jetzt in der Facebook-Gruppe oder ob man sich einen Ordner oder so anlegt und plädtert, das hat meine Oma halt, die hat einen Ordner mit Rezepten und hat das halt durchgeblättert oder hat man es so geplant, aber ich glaube, das ist die beste Variante und ich glaube auch heutzutage bei den Preisen ist es am besten, wenn man das macht, weil das spart man einfach. Ja, würde ich schon sagen. Jo, steht sein, wir haben lang genug gebabbelt. Also Moje, gibt es bei uns Schinkenudel, haben wir entschieden. Genau, ja, ihr habt entschieden, Schinkenudel, ja. Ja, die gibt es bei uns, machte Dommer, die ist Achmo aus einem Diätkonzept entstanden, wir haben ja schon so viel Diät und Sachmo gemacht. Und zwar sind es dann Vollkornudel mit Kochschinken, Erbse, Saure Sahne und Reibekäseleid, glaube ich, macht da noch nein. So irgendwie, ja. Was gibt es bei dir, Moje? Moje? Ja. Rude. Wesel, Moje, sollen sie über 30 Grad werden, da habe ich jetzt noch irgendwas zu essen. Nee, gar nicht. Ich habe noch Honigmelon daheim, die werde ich wahrscheinlich Moje und mit meinem Mann teilen. Ja, da hast du recht. Weißt du, ich esse lieber so blöd, wie es klingt, aber manchmal, also wenn ich so Milchprodukte esse, wie so unseren Alpro, Sojajoghurt, ungesüßt und mache einfach so ein bisschen aufschneiden, das halt erfrischt mich so von innen irgendwie. Ja, das stimmt. So warmes Essen, habe ich auch keinen Bock. Dann, weißt du, das stimmt. Eschst du eigentlich auf dem Brot immer Wurst oder Käse oder was eschst du so drauf? Also ich muss mindestens einmal am Tag ein Käsebrot essen. Oh, hey, ja. Mit Butter. Eschst du eigentlich eine bestimmte Käse oder... Also, was ich überhaupt mit mir gerne essen kann, ist zum Beispiel so der abgepackte Käseaufschnitt. Vom Kaufland oder... Ja. So, ich mag das nicht mehr. Am liebsten gucke ich dann, was dann so ein Angebot ist von Grünländer zum Beispiel. Ja. Oder der Leerdammer. Ja. Oder manchmal von Landliebe. Gibt es da Käse von Landliebe mittlerweile? Fulipi. 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 Oder auch von Milram. Mhm. Der Mensch, genau, Milram. Oder halt, wenn der Kerrygolde Käse oder Cheddar-Käse halt, ja. Ja. Was machst du im Diebs-Voreste dann kennst? Kein Käse, nein. Frisch auf der fünfte da dann. Ja. Oh, hey. Das ist die Höchststrophe für mich. Das finde ich krass. Ja. Allerhopper. Käsenase. Dann wünsche mir ein schöner Oben. Oder wenn auch immer ihr das hört. Und wir sehen uns nächste Woche zum Felser Stammdienst. Servus.